Body & Mind ist ein ganz wichtiger Teil unseres Hauses. Und auch hier gilt es wieder, die vielen Wege der Gelassenheit. Jeder findet dort seine Erholung, Gelassenheit oder wie wir es auch richtig wichtig finden, die Regeneration für seine Zeit nach dem Urlaub. Für den optimalen Start in den Tag ist unser Body & Mind Programm natürlich auch früh genug angesetzt. Wir starten hier bereits um 7 Uhr mit verschiedensten Einheiten für den guten Morgen. Hier ist es uns wichtig, dass Sie nicht nur körperlich fit bleiben, sondern auch mental. Nicht nur die Spitzensportler haben Mentaltraining nötig, sondern auch wir in der Zeit des Wandels und der Veränderungen müssen wir uns mentale Stärke verändern, neu kennenlernen und einen Schritt für uns selbst machen. Hier haben Sie die Möglichkeit, es kennenzulernen. Unsere Mentaltrainer sind dafür gut vorbereitet und ausgebildet.